Moin und herzlich willkommen zu diesem Einsteiger-Guide für Distant Worlds 2. In den nächsten Minuten werde ich euch fünf Tipps an die Hand geben, die euch den Einstieg und das Spielelebnis vereinfachen werden. Viel Spaß! Wir beginnen mit der Automatisierung. Und die finden wir im ersten Reiter und dann im letzten Unterreiter. Wie ihr sehen könnt, ich spiele das Spiel auf Deutsch. Wenn ihr die Deutschmod haben wollt, ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Hier sehen wir, dass wir sehr viele Unterkategorien haben. Es lohnt sich, alles mal genau anzugucken und sich durchzuschauen, was automatisiert ist und was manuell gesteuert wird. Und für euch selbst zu überlegen, was ihr manuell steuern wollt und was ihr, sag ich mal, automatisiert lassen wollt. Da kann man viel austesten, das ist reine Spielerfahrung und ich denke, jeder Spieler hat das so seine eigene Präferenz. Welchen Tipp ich euch für den Anfang geben kann, damit ihr die Kontrolle über, sag ich mal, die handelnden Akteure wie Konstruktionsschiffe behaltet, ist im Bereich Bauen, den Schiffsbau, den Basenbau und die Reparatur von verlassenen Schiffen und Basen auf manuell zu stellen. Im zweiten Tipp gehen wir mal auf die Forschung genauer ein. Dafür klicken wir hier oben auf unser aktuelles Forschungsprojekt und öffnen damit den Forschungsbaum. Eine andere Möglichkeit, in den Forschungsbaum zu kommen, ist es, über Forschung und hier oben das erste Feld anzuklicken. Dann landen wir auch im Forschungsbaum. Für uns ist am Anfang sehr wichtig, dass wir die Warpfeld-Experimente forschen, den ersten und den zweiten. Mit dem zweiten können wir auch außerhalb unseres Sternensystems andere Sterne besuchen. Vorher geht das nicht. Wichtig ist am Anfang zu warten, bis wir den 50%-Bonus drauf haben. Das ist ein Event, das direkt nach Start des Spiels getriggert wird. Und danach können wir diese Forschung boosten. Damit forschen wir dieses doppelt so schnell. Es ist am Anfang recht günstig. Bei den anderen Forschungen, umso weiter man in den Tech-Stufen, also Tech 0, Tech 1, Tech 2, Tech 3 und so weiter, bis Tech 7 wird es immer teurer, die Forschungen zu boosten. Das heißt aber, das wollen wir am Anfang auf jeden Fall machen, damit wir schnell diese Forschung bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Eine genaue Forschungsliste oder Empfehlung, wie ihr hier an der Seite seht, wir können die Forschung hintereinander anreihen. Das zeige ich euch später in einem anderen Teil dieses Videos. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Rohstoffe etwas genauer an. Wir haben unsere Bauschiffe auf manuell gestellt. Das bedeutet, sie bauen nicht automatisch Rohstoffe ab. Das heißt, wir werden hier im Rohstoffreiter und dann im dritten Unterreiter neue Bergbaustandorte, sehen wir alle möglichen Bergbaustandorte, die uns angegeben werden. Das rote Kästchen um eins dieser Rohstoffe zeigt uns an, dass wir diesen Rohstoff aktuell verbrauchen und dass wir den aktuell nicht in ausreichender Menge herstellen. Die Prozentzahl sagt uns, wie effektiv oder wie qualitativ hochwertig die Mine an diesem Ort ist. Das heißt, wie viel Stahl dort wirklich prozentual gemäßig abgebaut werden kann. Neben den Bergbaustationen, die wir da mit einem Rechtsklick hier drauf in Auftrag geben können, haben wir auch die Möglichkeit, Forschungsstationen zu bauen. Die finden wir im Forschungsreiter und dann im zweiten Reiter. Das heißt, wir können Forschungsstationen an manchen Standorten, da wo es möglich ist. Wir sehen den Bonus und dann können wir hier drauf die Forschungsstationen bauen lassen. Da unser Bauschiff aktuell auf manuell gestellt ist, hat es jetzt aber den Befehl bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht mehr genau sagen, dass er jetzt genau das bauen soll. Das macht er jetzt automatisch. Das sehen wir daran, wenn wir die Zeit laufen lassen, dass hier das Bauschiff sich jetzt als allererstes an die Forschungsstation geht. Wir haben unser Bauschiff. Das finden wir hier unter dem Schiffsbaureiter und dann unter Bauschiffe. Doppelklick drauf, landen wir beim Bauschiff. Es befindet sich hier. Es sammelt jetzt die Rohstoffe oder die Ressourcen, die es benötigt, von unserem Heimatplaneten aus ein und fliegt dann hier rüber und baut an unserem Mond eine Forschungsstation. Nachdem unser Bauschiff dieses getan hat, wird es sich danach automatisch daran setzen, eine Miningstation zu bauen und ebenfalls hier noch eine weitere Miningstation zu bauen. Das heißt, durch diesen Klick hier haben wir quasi die Automatisierung dem Bau befehligt und unsere Schiffe, wenn sie auf automatisch stehen, fangen an, diese Sachen zu bauen. Zum Thema Rohstoffe ist noch zu sagen, es gibt einige Rohstoffe, die wichtiger sind, und zwar unsere Baurohstoffe, direkt am Anfang des Spiels. Es ist wichtig, dass wir, da wir nur begrenzt Materialien am Anfang zur Verfügung haben, diese Ressourcen schnell finden und selber abbauen, damit wir im späteren Spielverlauf keinen Engpass bekommen und nicht auf den Handel mit anderen Nationen angewiesen sind. Vor allem Silizium ist wichtig zu finden, weil das sehr schnell ausgeht. Neben den Baurohstoffen gilt es aber auch, Sprit selber herzustellen, unser Kasslon. Kasslon wird in der Regel immer im Minus sein. Aktuell produzieren wir keinen Kasslon, aber auch selbst, wenn wir es produzieren würden, bleibt es im Minus. Das hat, glaube ich, spieltechnische Gründe, ich kann hier nur vermuten, dass die KI das Kasslon immer präferiert. Nicht, dass es nachher dazu kommt, dass in der gesamten Galaxie kein Kasslon mehr da ist und alle Fraktionen ohne Sprit von A nach B dümpeln müssen. Das wäre nicht so schön. Wichtig beim Kasslon ist noch zu sagen, dass man sich mehr auf den Lagerstand verlassen sollte, ob er über einen langen Zeitraum steigt oder sinkt. Daran kann man besser erkennen, ob man genug Kasslon produziert oder zu wenig hat. Im vierten Schritt möchte ich mit euch kurz auf die Steuern und Wirtschaft eingehen. Dafür klicken wir auf unseren Heimatplaneten und öffnen hier unten rechts die Kolonieansicht. Wir sehen aktuell, dass wir einen Steuersatz von 10% haben. Der ist automatisch eingestellt. Am Anfang eines Spiels stelle ich die Steuern sehr gerne auf 0% herunter. Auch wenn ich dadurch erst mal im Minus bin, steigt dadurch die Wachstumsrate. Mit einer höheren Wachstumsrate werden wir schneller mehr Menschen haben, die wiederum uns ein größeres Einkommen beschweren. Erst im späteren Spielverlauf stelle ich dann die Steuern auf 20%, weil über 20% erhöhen dann die Steuern die Korruptionsrate, was uns sehr, sehr viel Geld kosten wird. Zum Thema Wirtschaft gehen wir auf den allerersten Reiter und dann dort im ersten Unterreiter. Hier sehen wir die Übersicht über unsere staatliche Wirtschaft, das heißt unser Vermögen, das wir aktuell besitzen und was aktuell am Salto abgezogen wird. Da sehen wir, dass die größte Position, die abgezogen wird, ist unsere Kolonie, da wir dort keine Steuern erheben und die Kolonie erstmal uns Geld kostet. Das ist aber alles halb so wild, dass wir hier im Minus sind, da man diesen Betrag mit den unten stehenden jährlichen Bonuseinnahmen verrechnen müsste. Das heißt, aktuell nehmen wir sogar 3.000, ungefähr 2.000 bis 3.000 im Jahr ein. Dieser Ertrag erschließt sich aus dem Schiffbau. Das bedeutet, dass unsere private Wirtschaft, also die Leute auf unserem Planeten, bei uns Schiffe im Auftrag geben. Wie wir hier sehen, Transportschiffe und Bergbauschiffe. Im unteren Bereich sehen wir dann die Privatwirtschaft. Hier sehen wir das gesamte Vermögen unserer Privatleute auf unserem Planeten. Aus diesem Geldpool werden private Schiffe wie Transporter und Bergbauschiffe, aber auch Schürfrechte verkauft. Das heißt, auf dieses Geld können wir zurückgreifen, wenn wir Bergbaustationen bauen oder zum Beispiel die Privatschiffe, die wir hier oben schon sehen oder die wir hier in der Bauleiste sehen, gebaut werden. Im letzten Punkt möchte ich euch noch ein paar Tipps zu den Piraten und zur Geisterflotte geben. Die Geisterflotte ist ein Event, was kurz nach Spielstart beginnt und dort möchte sich eine Piratenflotte euch anschließen. Das kostet euch 25.000 Credits. Das ist sehr viel Geld, aber es lohnt sich allemal. Einerseits, weil ihr eine kleine Flotte bekommt und weil ihr eine Sternbasis bekommt. Im Endeffekt ist es so, dass die Sternbasis meistens abgerissen wird oder dass ich meistens die Sternbasis abreiße und die dort sitzenden Wissenschaftler beziehungsweise Admiräle ich mit einem der Schiffe, die ich da bekommen habe, einsammeln und zu meiner Heimatbasis bringe. Die anderen Schiffe schicke ich meistens zu meiner Raumstation und baue sie ab, weil ich ganz am Anfang die Piraten zum Beispiel, das zum Thema gleich Piraten, werde ich am Anfang mit Schutzgeld bezahlen. Solange es nicht mehr als drei Piraten werden, lohnt es sich, diese mit Schutzgeld zu bezahlen. Wenn es mehr als drei Piraten werden, lohnt es sich, in dem Forschungsbaum Richtung Militär zu forschen, das heißt neue Waffen, verbesserte Waffen zu forschen und bessere Schiffe zu forschen, dass ihr euch in naher Zukunft gegen die Piraten erwehren könnt und die Piraten nicht mehr mit Schutzgeld bezahlen könnt. Festzuhalten ist aber, die Geisterflotte ist sehr nützlich, auch der Abbau der Schiffe ist sehr nützlich, da es euch Forschungsboni geben kann auf verschiedene Forschungen und es ist sehr wichtig, dass ihr die Piraten am Anfang bezahlt, weil diese zu Beginn des Spiels noch viel zu stark sind und euch sonst in den Ruin treiben werden. Im letzten Teil dieses Videos zeige ich euch, wie ich ein Spiel starte und worauf ich am meisten Wert lege. Zu Beginn bekommen wir einen 50%igen Forschungsbonus, danach gehen wir hier oben drauf und bezahlen oder boosten diese Forschung, damit sie doppelt so schnell durchläuft. Das ist auf jeden Fall unser erster Schritt. Danach pausieren wir das Game wieder und nehmen unser Forschungsschiff. Mit unserem Forschungsschiff werden wir als allererstes unseren Mond erkunden. Danach, also mit Rechtsklick auf den Mond, danach stelle ich es wieder auf vollautomatisch, weil es nachdem es diese Tätigkeit vollendet hat, dann wieder automatisch anfängt, meine Kometen und Asteroiden hier drumherum zu erforschen. Im nächsten Schritt warten wir jetzt darauf, dass unser Konstruktionsschiff fertig wird. Sobald unser Konstruktionsschiff fertig wird, werden wir anfangen, eine Sternenbasis zu bauen. Die kostet am Anfang sehr viel Geld, aber es lohnt sich. Vor allem, weil wir dadurch Forschung bekommen. Dann lohnt es sich, ein Blick auf unseren Standort-Boni zu gucken. Hier sehen wir, dass wir in unserem Standort-Boni keine Forschungs-Boni bekommen. Das bedeutet, wir können an unserer Heimatbasis keine Forschungsstation bauen. Das ist recht schade, weil ich am Anfang sehr gerne direkt an unserem ersten Objekt, wo wir standardmäßig eine Forschungsstation bauen können, und an unserer Heimatwelt beide Forschungsstationen sehr gerne ausbaue. Weil wir möchten am Anfang möglichst viel und schnell forschen. Das bedeutet, unser Konstruktionsschiff ist schon bald fertig. Wir können auch schon mal unseren Raumhafen in Auftrag geben. Der wird uns nämlich auch auf Dauer Forschung geben. So, wir haben den Mond erforscht. Dann werden wir hier auf den Mond klicken und können hier diese Forschungsstationen in Auftrag geben. Wir wollen als allererstes die Forschungsstationen bauen und nicht erst die Mining Station. Dann gehen wir im Thema Forschen. Meine Forschungsrichtlinien sind in der Regel so, dass ich als nächstes das Erholungssystem forsche, dann die Zivilschiffe, die Bergbaustationen und die Labore. Ungefähr in dieser Reihenfolge. Nach dem Erholungssystem und je nachdem auch, wie gut unser Heimatsystem ausgestattet ist, forschen wir direkt danach den zweiten Warpfeldgenerator, so dass wir außerhalb unseres Sternensystems herausspringen können. Das heißt, Warpfeldgenerator, Erholungssysteme, Warpfeldgenerator 2, Zivilschiffe, Raumstationen, Forschungslabore. Wenn ihr das ein bisschen mixen wollt und selber ausprobieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Das ist aber meistens meine Herangehensweise. Ich denke, es gibt bessere, es gibt schlechtere. Damit bin ich jetzt bisher ganz gut gefahren. Als letzten Tipp möchte ich euch sagen, sobald wir unser erstes Warpfeldexperiment abgeschlossen haben, bauen wir in unserer Raumstation, die dann inzwischen auch fertig sein sollte, einen weiteren Forscher und ein weiteres Konstruktionsschiff. Baut es erst, nachdem der Warpfeld abgeschlossen ist. Wenn ihr vorher die Schiffe in die Bauleiste zieht, dann werden sie ohne diesen Warpfeldexperiment gebaut und müssen danach noch aufgerüstet werden. Damit spart ihr ein paar Minuten, Sekunden, wie ihr möchtet. Aber ihr spart zumindest ein bisschen den Aufwand, dass die Schiffe nochmal aufgerüstet werden müssen. Soweit so gut. Das wäre es erstmal mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.